Im Zentrum für Neurochirurgie der Uniklinik Köln wird das gesamte Spektrum aller neurochirurgischen Krankheitsbilder behandelt. Um eine optimale Behandlungsqualität zu erreichen, ist das Zentrum für Neurochirurgie strukturiert in die Klinik für allgemeine Neurochirurgie und die Klinik für Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie. Durch die Aufgabenverteilung auf zwei Kliniken wird eine größtmögliche Expertise in der Therapie neurochirurgischer Erkrankungen erreicht. Um allen Patienten wirklich optimale Expertise zukommen zu lassen, haben wir dieses Zentrum in zwei separate Kliniken aufgeteilt. Die Klinik für allgemeine Neurochirurgie, welche die große Neurochirurgie macht mit auch großen Schädleröffnungen, so weit erforderlich. Und zum anderen die Klinik für Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie, welche die superpräzisen, computergesteuerten Eingriffe machen, welche oft nur ganz winzige Bohrlöcher erfordern, um das chirurgische Ziel dann auch zu erreichen. Gefäßerkrankungen des zentralen Nervensystems, angeborene und erworbene Erkrankungen der Wirbelsäule, sowie die chirurgisch therapierbaren Erkrankungen des periferen Nervensystems. Wir behandeln dabei Patienten aller Altersstufen, begonnen vom Neugeborenen mit den ganzen spezifischen Neurochirurgischen Erkrankungen bis zum höchsten Lebensalter. Letzteres bezieht sich auch wieder auf Tumoren, Wirbelsäulenerkrankungen. Da ist nicht nur besondere Expertise, sondern auch sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt. Insgesamt verfügt die Klinik über 44 Betten auf zwei Stationen. Hinzu kommt eine Intensivstation mit 14 Patientenbetten. Modernste Geräte und Instrumente, unter anderem für mikrochirurgische Operationen, bieten exzellente Voraussetzungen für die Therapie des gesamten Spektrums an Hirntumoren im Kindes- und Erwachsenenalter. Gerade bei den sehr alten Patienten, die auch sehr viele Begleiterkrankungen haben, muss man sich ein gutes Bild machen, ob wir mehr nutzen oder schaden. Und da bedarf es einer sorgfältigen Abwägung, auch im Gespräch mit dem Patienten, mit der Familie, was wir tatsächlich tun sollen. Und erst wenn wirklich Übereinstimmung besteht, dann setzen wir ein mögliches operatives Konzept auch um. Die Einführung der fluoreszenzgestützten Tumorchirurgie ermöglicht eine genaue Abgrenzung von krankhaften Tumorzellen zu gesundem Gehirngewebe. Patienten, die notfallmäßig vorgestellt werden müssen, bettlägerig sind oder aus anderen Kliniken kommen, können in der neurochirurgischen Polyklinik ambulant beraten und behandelt werden. Weitere Schwerpunkte der Klinik sind die operative Behandlung von Tumoren der Schädelbasis. Die Schädelbasischirurgie umfasst Operationen im Bereich der Unterseite des Hirnschädels. In den meisten Fällen sind das Tumore. Diese Tumore können aufgrund der anatomischen Lokalisation sich aussehen in andere Regionen, wie zum Beispiel die Ohrregion, die Nasenregion, die Augenhöhlen bis hinunter in den Gesichts- und Kieferbereich. Die anatomische Region der Schädelbasis bringt vielfältige Überschneidungen mit anderen Fachdisziplinen. Wir haben hier in Köln das große Glück, dass wir seit vielen Jahren eine sehr enge und gute Kooperation mit all den beteiligten Kliniken leben können. Zusammen mit den Kollegen können wir hervorragend für jeden Patienten ein individuelles und perfektes Behandlungskonzept erarbeiten und das auch gemeinsam umsetzen und den Patienten gemeinsam nachsorgen. Die Klinik nutzt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse für die Patientenversorgung. Für uns als UNI-Klinik ist es ungeheuer wichtig, dass wir möglichst viele Ressourcen in die Forschung stecken, denn nur durch die gute Grundlagenforschung und durch den Übertrag dieser Forschungsergebnisse in die Klinik lassen sich dann wirklich Neuerungen etablieren, bessere Behandlungen finden, die dann wirklich zum großen Vorteil für unsere Patienten sind. Behandlungskonzept